Eine Idee, ein weißes Blatt Papier, ein weißer Teller. Dekonstruktion ist eine philosophische Denkschule. Sie vertritt die Idee, man müsse die Erscheinungen der Welt kritisch hinterfragen und in ihre Elemente zerlegen. Ob bei einem philosophischen Gedankengebäude, einem Auto oder einem Essen. Das Prinzip ist stets dasselbe. Mit dieser Methode kann man die Essenz jedes einzelnen Elements erkennen und nach der Dekonstruktion die Welt neu erfinden. Und wenn es klappt, findet eine Revolution statt. In der Mobilität und auf dem Teller. Untertitelung des ZDF für funk, 2017